Nach dem anhaltenden gewaltsamen Vorgehen des iranischen Regimes gegen Demonstrierende in mehreren Städten des Landes haben die USA weitere Sanktionen gegen die Islamische Republik angekündigt. US-Präsident Joe Biden sagte, er sei zutiefst besorgt angesichts zunehmender Gewalt. Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite der iranischen Frauen und aller iranischer Bürger, deren Mut eine Inspiration ist, so Biden. Seine Pressesprecherin Karine Jean-Pierre gab an, das Weiße Haus sei alarmiert. Nach friedlichen Protesten komme es im Iran immer wieder zu Massenverhaftungen. Auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Mezzola, zeigte sich besorgt und beschwur die Solidarität der Abgeordneten in Straßburg. Der brutale Tod der 22-jährigen Maza Amini ist ein Wendepunkt. Es sind die Töchter des Irans, die trotz des zunehmenden Drucks auf die Bevölkerung den Wandel vorantreiben, unterstützt von so vielen mutigen Verbündeten und Freunden. Irans oberster religiöser Führer Ayatollah Khomeini machte die USA und Israel für die Proteste verantwortlich. Diese hatten sich am Tod von Maza Amini entzündet. Sie war wenige Stunden nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei am 13. September in Teheran ins Koma gefallen und schließlich verstorben. Angeblich hatte sie gegen das Gesetz verstoßen, wonach Frauen ihr Haar in der Öffentlichkeit komplett mit einem Kopftuch bedecken müssen.